Liebe Delegierte, mein Name ist Johannes Steiniger, ich bin 34 Jahre alt und komme aus dem schönen Bad Dürkham in der Pfalz. Seit 2013 vertrete ich den Wahlkreis Neustadt-Speyer im Deutschen Bundestag und konnte diesen Wahlkreis auch bei der vergangenen Bundestagswahl wieder direkt gewinnen. In meiner Freizeit engagiere ich mich ehrenamtlich, früher im Sport, heute in der Hospizbewegung und als Vorsitzender der Lebenshilfestiftung. Im Deutschen Bundestag arbeite ich im Finanzausschuss mit. Dort bin ich zuständig für die langwirtschaftlichen Steuerthemen, für die Entlastung von Familien, aber auch für die Digitalisierung des Kapitalmarkts. All dies möchte ich gerne auch in den Bundesvorstand mit einbringen, damit wir gemeinsam als Team CDU dafür sorgen, dass die Ampel nur eine kurze Episode sein wird. Dafür bitte ich Sie um Ihr Vertrauen.